Jetzt hab ich ihn. Keine Wüste. Hast du Späne gesehen? Ja, hab ich. Wir sind auf meiner Seite der Insel. Nee, jetzt grad nicht. Ich hab immer versucht, das von der Familie zu trennen. Das hat teilweise geklappt, dann wieder nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich brauch erstmal ne Zeit, bis ich weiß, welches das ist. Und dann darf ich's nicht mehr aus den Augen lassen. Jetzt müsste das hintere sein. Ich bin noch nicht ganz sicher. Das Vordere ist es. Jetzt das Linke. Jetzt das Rechte. Oh, ich spür meine Knie nicht mehr, ey. Ich nehm ihn hoch und du machst die Teste ab. Da sieht man sie, ne? Da sieht man sie, ne? König.